E-Books sind immer mehr im Kommen und es gibt eine große Fülle von Plattformen und Dienstleistern für die Veröffentlichung. Wir haben einige Fragen, die wir mit der Plattform Fire zusammen klären wollen. Warum soll bei der großen Fülle, wie zum Beispiel auch Amazon Publishing selbst, ein Autor ihre Plattform nutzen? Weil wir sehr günstige Konditionen haben. Es gibt bei uns keine laufenden Kosten. Die Anmeldung ist in den nächsten drei Monaten sogar umsonst. Danach ist es jetzt auch nicht sehr teuer, es sind 9,90 Euro. Wir können die Dateien kostenlos umwandeln in die richtigen Formate, EPUB und MOBI. Außerdem machen wir auch die Covergestaltung und wir generieren ISBN-Codes umsonst und auch die Veröffentlichung ist umsonst bei uns. Wird das Buch dann auch bei Amazon veröffentlicht? Natürlich, wenn der Autor das will, dann können wir das auch bei Amazon veröffentlichen. Es bleibt ihm überlassen, in welchen Shops er das haben will. Wir haben über 160 Shops, an die wir liefern. Wenn er da natürlich sagt, er möchte jetzt einen gewissen Shop nicht beliefern, dann eben nicht. Dann muss er den halt abwählen. Aber im Prinzip sind es über 160 Shops. Und wie viele Autoren haben bereits über Sie veröffentlicht? So über 1500. Also es sind schon ein paar. Das sind nur Romanen oder auch Sach- und Fachbücher? Nee, alles mögliche. Also Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Ratgeber. Also alles, was halt so der Markt hergibt. Und gibt es noch eine Besonderheit im Angebot? Auch gibt es die Möglichkeit nachher das Ganze auch nochmal auf dem Printmarkt zu veröffentlichen über Ihr Angebot? Im Moment ist es noch kein Tool, den wir anbieten. Aber es ist halt immer mehr gefragt. Viele Autoren von uns möchten ihre Bücher auch drucken lassen. Deshalb ist es in Bearbeitung, dass es einer unserer Tools wird. Vielen Dank. Bitteschön.